Willkommen zurück zu Castlecrush. Okay, Truhe öffnen. Die gebe ich mal in Auftrag und ich mache dann auch noch einen Kampf. Dann gehen wir aber fest da hin. Das ist mein Deck. Upgrade. Da habe ich das auch mal erledigt. Mehr kann ich momentan nicht upgraden. Ab in der Schlacht. Bisher heißt es in dem Spiel. Warte auf die Verbindung des Gegners. Kommt der aus Indien? Ich habe das nicht gesehen. Woher der kommt? Ist jetzt für das erste auch mal egal. Aha. Was macht er jetzt? Dann, oh komm her. Okay. Aha, so macht er das. So ein Eiser. So ein Eiser. Dann, komm her. Ja. Es geht um. Komm her. Was bist denn du für einer? Komm Maja, du machst das schon. Ich vertraue dir. Ja. Dann mache ich das so. Wird schon irgendwie klappen, oder? Ja. Ich meine, er wird schon die anderen auch noch verteidigen. Genau so macht er es mit den Waren. Gar nicht mal so schlecht, wie er hier verteidigen möchte. Er kennt sich schon ein bisschen aus mit dem Spiel hier. Komm. Mhm. Aber in erster Linie sollte ich jetzt nur drauf gehen. Okay. Dann mache ich das so. Und so. Perfekt. Dann schaue ich mal, ob ich noch was dazu setzen kann. Komm mal her. Einfach für da hinten. Mhm. Ja. Ja. Perfekt. Dann kommst du da hin. Und du da hin. Ist okay für den Anfang. Komm, hab ich sonst noch irgendwas? Was halt ein bisschen stärker ist. Für den Anfang. Dass ich das irgendwie noch verteidigen kann. Tornado, bitte. Tornado, bitte. Komm, gib her einen Tornado. Alter, wie stark ist sie. Tschüss, Leute. Tschüss, Leute. Ach komm, einen können wir noch machen. Jo. Alter, geht sie noch aus. Dann muss ich auch schon los. Auf geht's. Triaden werde ich wahrscheinlich zuerst setzen müssen. Damit ich neue Karten bekommen müsste. Dann setze ich da die Triaden. Den Arius ist das, glaube ich, hier zweimal beim Gegner. In der Triaden. Genau. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Warum auch nicht? Gleich zweimal alles. Ist klar. Ja, genau. Er übertreibt's gar nicht. Überhaupt nicht. Jetzt hör doch mal auf. Ja, faked. Ja, genau. So soll das sein. Und geht schon. Jetzt sind wir wenigstens fast ausgeglichen. Da hinten habe ich einen kleinen Vorteil. Da geht's noch. Ja. Aber es sieht relativ gut aus. Ich müsste jetzt nichts mehr setzen. Aber ich setze trotzdem was. Dann habe ich einfach eine neue Karte bekommen. Dann setze ich dich mal da hin. Du kommst da hin. Perfekt. Dann hätte ich das schon mal. Dann da drüben noch. Dann setze ich da hin. Den Schwarzen Ritter. Ich sag Schild. Okay. 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 Komm mal her. Perfekt. 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 Und dich aufladen auf 14. Ist ganz okay. hier. Ach kaputt. Guck kaputt. Komm. Die kaputt. Die kaputt. Jawoll. Dann danke ich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.